Unter dem Strich können wir sagen, die Lage, die wir zurzeit haben, ist geringfügig entspannter als vor Weihnachten, aber es ist eben kein Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil, die Auslastung der Krankenhäuser ist hoch, sie wird hoch bleiben und wir rechnen damit, dass auch durch Omikron Neuerkrankte hinzukommen. Wir haben momentan in der Corona-Warnstufe Orange das ganze Land und in fünf der acht Kreisen und kreisbaren Städte, nämlich im Landkreis Rostock, der Stadt Rostock, der Mecklenburgischen Seenplatte, in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen steht die Ampel weiterhin auf der Stufe Rot und deshalb müssen dort leider weiter die Freizeit- und Kulturbereiche geschlossen bleiben. Neben den Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, ist der beste und wichtigste Schutz für die Bürgerinnen und Bürger das Impfen. Mittlerweile haben 72 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine Impfung erreicht. Wir haben Zweitimpfungen erstmals über 70 Prozent. Wir liegen jetzt bei 70,1 Prozent. Ich möchte mich ganz herzlich bei diesem großen Anteil unserer Bürgerinnen und Bürger bedanken, die sich impfen lassen, die Vertrauen in die Impfung haben und hier auch mit gutem Beispiel vorangehen für ihre eigene Gesundheit und für alle anderen. Wir haben die Beschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern konsequent umgesetzt. In Mecklenburg-Vorpommern gilt die Schließung der Diskotheken, gilt 2G+. Und ich weiß, dass es am Anfang Diskussionen gab, ob das alles sein muss. Ich glaube, wir sehen jetzt, wie wichtig dieser Schutz ist. Wir sehen gerade in unserem Nachbarland Schleswig-Holstein, dass es eben doch gefährlich ist, wenn Diskotheken aufbleiben. Und deshalb appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger, dass, wenn wir hier Dinge einschränken, zum Beispiel die Diskotheken schließen oder sagen ins Restaurant bitte nur mit 2G+, dass es bitte keinen Sinn macht, in ein anderes Bundesland zu fahren, wo es lockerer ist und diese Angebote zu nutzen. Alle Menschen, die jetzt in der Diskothek in Schleswig-Holstein waren, auch aus Mecklenburg-Vorpommern, sind jetzt in Quarantäne und haben sich vielleicht auch angesteckt. Wir schränken in unserem Land nichts ohne Not ein. Wir machen es nur, wenn es dringend erforderlich ist. Und dann sollten wir uns auch alle daran halten. Deshalb bin ich aber auch ganz klar dafür, dass jetzt diese Schutzmaßnahmen bundesweit gelten, bundesweit 2G+, bundesweit Schließung von Clubs und Diskotheken. Denn aufgrund der Mobilität macht es keinen Sinn, dass ein Land sich an diese strengen Regeln hält und dann in einem anderen Land diese Regeln nicht umgesetzt werden. Dazu ist die Gesamtlage in Deutschland zu ernst. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir uns auf die Belastung unserer kritischen Infrastruktur bei Omikron einstellen. Dazu haben wir bereits vor Weihnachten einen Krisenstab bei unserem Innenminister im Land eingerichtet. Ich danke ganz herzlich Herrn Pegel und allen, die bei diesem Krisenstab mitarbeiten. Wir haben uns darauf vorbereitet, dass es durch Omikron so viele Ansteckungen gibt im Land, dass wichtige Versorgungsbereiche mit viel weniger Personal klarkommen müssen. Dazu gehören Krankenhäuser, dazu gehören Pflegeheime, dazu gehört aber auch die Polizei, die Stromversorgung, auch zum Beispiel die Lebensmittelbranche. Und darauf stellen sich jetzt alle ein. Wir hoffen natürlich weiterhin das Beste, aber bereiten uns auch auf das Schlimmste vor. Vielen Dank. Vielen Dank.